Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist das Studio WM mit den neuesten Nachrichten. Hallo Freunde, Moin Moin aus Hamburg. Ich bin kein großer Freund vieler und großer Worte, deshalb fasse ich mich jetzt hier kurz. Ich bedanke mich herzlich für 500 plus ein Abo. Wer hätte das gedacht, dass ich das noch einmal schaffen würde, aber mir kommt das auf die Zahl gar nicht an. Ich habe in der Vergangenheit oft erfahren müssen, dass der ein oder andere meinen Kanal wieder deabonniert und dann daraufhin wieder abonniert. Naja, damit muss man leben. Es ist eben nicht jedermanns Sache, sich meine Videos anzuschauen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lasse jetzt noch mal einen Zug hier vorbeifahren und der passend zum Thema gestaltet ist. Dann wünsche ich euch für dieses kleine Fahrvideo gute Unterhaltung und ja, man sieht sich. Bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Tschüss. So, Freunde und mit einer Vorbeifahrt und einem Dankeschön Zug möchte ich mich von euch verabschieden und mich nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die meinen Kanal unterstützen und mir ein Abo da gelassen haben. Vielen Dank. So, auf geht's. 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 Und tschüss, bis bald und kicken wir wieder hin. Untertitelung des ZDF, 2020